Also ich kann mir wirklich sehr wenig so alberne Sachen anhören. Der Hölkert hat kein Beispiel für alberne Rapmusik. Was gibt's da? Es gibt viele Sachen, die Leute wissen schon. Okay, soll sich jeder sein eigenes Bild machen? Man, zum Beispiel hier dieser, der eine, wie heißt der, der mit Polunder und so. BCV DNS. Ja, ich hab mal teilweise, beziehungsweise hab mal reingehört und ist ja, wir finden mit Sicherheit viele Leute lustig, aber es finden ja auch sehr viele Leute Helge Schneider lustig.